Ungemütlich, windig und kühl, so sah es in Eckernförde aus. Mit eigentlich klassischem Drinbleibwetter. Und raus in den Wintersport, so hieß es auf dem Feldberg im Schwarzwald. Hier hat es frischen Neuschnee gegeben, dann gab es ein paar Wolkenlücken. Und diese Wolkenfelder, die Sie hier sehen, die gehören zu Italien-Tiefmarcell. Das dreht hier seine Kreise. Es ist nur zu weit im Süden, als dass es Schneefälle nach Deutschland bringen könnte. Und auf der anderen Seite haben wir dieses kräftige Skandinavien-Hoch. Mit einer östlichen Strömung kommt damit kältere Luft zu uns. Vor allen Dingen in die Nord-Ost-Hälfte Deutschlands. Und mit richtig Dampfdruck geht es dagegen vom Atlantik her. Mit diesem Tief. Wäre dieses Tief ein bisschen schwächer, würden sich die Systeme noch weiter nach Westen verlagern und es würde noch kälter werden. Aber es wird jetzt kälter mit ein paar Schneefällen in der Nacht im Nord-Osten und auch im äußersten Südosten schneidet es zumindest anfangs. Bei Temperaturen in der Ost-Hälfte von unter 0 Grad. Verbreitet kriegen wir hier Frost. Und im Westen sind es so um die 0 Grad und knapp darüber. Tagsüber ändert sich in der Ost-Hälfte wenig. Ab und zu fällt geringer Schnee. Und von Westen kommen die Reste einer Front herangezogen. Die bringen im Tiefland Regen, hier in der Eifel, im Hohen Fähne und allgemein dann in den westlichen Mittelgebirgen Schnee. Und das Ganze wird sich dann weiter nach Südwesten verlagern. Anfangs ein paar leichte Schneefälle im Osten. An der Ostsee sind auch mal ein kräftigere oder ein paar kräftigere Schneeschauer möglich. Im Westen setzt Regen ein, der sich am Nachmittag dann intensiviert und ein bisschen weiter nach Osten ausbreitet. Wolkenlücken bekommen wir am Alpenrand. Hier sind es deutliche Plusgrade. In der Nord-Ost-Hälfte haben wir Dauerfrost und ansonsten im Westen in Rheinland lang 6, 7 Grad plus. Aber der Wind ist gerade im Norden sehr lebhaft. Er kommt aus östlichen Richtungen. Der Stärke 4 bis 6 im Mittel und der beißt förmlich auf der Haut. Und so liegen die gefühlten Temperaturen im Nordosten bei minus 10 Grad, am Oberrhein bei plus 8 Grad. Das sind enorme Unterschiede. Und zum Schluss eine Bauernregel. Wenn es im Hornung Februar nicht schneit, dann kommt die Kälte zur Osterzeit. Die nächsten Tage wird es aber mit einer östlichen Strömung immer kälter.